Werden Sie plötzlich angerempelt von irgendjemandem? Sie wissen nicht, das ist ja genauso wie HIV und so, die ganzen Krankheiten, die da draußen sind. Ja, muss man sich heutzutage wie bei den Mundschutz anziehen? Es sind nur noch Kranke da draußen. Was soll man denn da machen? Kann man doch nicht mal rausgehen. Da kriegt man doch alles ab. Da krieg ich so einen Hals, wenn ich da rausgehe. Ich kann nur noch zu Hause alles vom Balkon sehen. Da hab ich meine Ruhe. Ja, da hab ich schön Distanz auf alles.